Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal machen wir die Morgensgesetze, die hören sich ein bisschen kompliziert an, als sie eigentlich sind. Braucht ihr also keine Angst davor haben und zwar, ich habe euch doch letztes Mal dieses NAND und NOR gezeigt. Die Dinger kann man noch ein bisschen vereinfachen. Und zwar fangen wir da einfach mal mit dem NOR an. Das war tatsächlich eigentlich ein NICHT A oder B in Klammern geschrieben. Und genau diese Klammer kann man auflösen. Und das war eigentlich auch schon alles. Also das sind die Morgensgesetze. Man kann diese Klammer auflösen. Und zwar kann man die wie folgt auflösen. Man kann einfach dieses NICHT reinziehen und das Zeichen umdrehen. Das bedeutet, das NICHT reinziehen sieht dann so aus. Also ich kopiere das hier einfach mal. Wir machen die Klammer weg. Schreiben vor das B auch ein NICHT. Und wir müssen das Zeichen umdrehen. Das bedeutet, ich muss hier dieses UND kopieren. Und das hier reinkopieren. So, das bedeutet, wir ziehen das rein, drehen die beiden Dinger um. Also NICHT A oder B wird zu NICHT A und NICHT B. Und das Ganze ohne Klammer. Also das heißt, das ist wirklich genau dasselbe. Kann man sich auch nochmal anhand der Wahrheitstabelle angucken. Ich male gerade nochmal kurz eine. So, hier ist sie. Das ist die Wahrheitstabelle von dem NOR. Wir sehen, bei OR wäre das hier alles wahr. Bei NOR ist das alles falsch und nur das obere ist wahr. Und jetzt gucken wir uns das mal genauer an. NICHT A und NICHT B. Das bedeutet, NICHT A muss sein und NICHT B muss sein. Also A muss falsch sein und B muss falsch sein, was diese beiden Fälle hier wäre. Und dann wären wir in dem Fall und das ist wahr und alles andere ist falsch. So, das bedeutet, die beiden sind absolut gleich. Das ist das erste dem Morgensche Gesetz oder das zweite, eins von beiden. Also eins von den beiden halt. Das andere ist genau andersrum. Da nimmt man das AND hier rein. Und rauskommen tut ein OR. Nämlich das hier. So. Ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass hier innen drin vorher ein UND stand und außen später ein OR steht. Also genau umgekehrt im Prinzip. Ja, sieht auch folgendermaßen aus. Wir haben vorher, also wir haben hier überall wahr und das untere ist falsch. Das wäre dann A und B. Nicht, das wäre genau das hier. So, und wenn wir das jetzt umdrehen, dann sagen wir nicht A oder nicht B. Das bedeutet, entweder ist A falsch oder es ist B falsch. Also A ist falsch, A ist falsch. Also sind die beiden schon mal wahr. Oder aber B ist falsch. Ja, wenn B falsch ist, dann sind wir hier und hier. Was diese oberen drei Fälle sind. Und der untere Fall ist dann halt eben falsch. So, das sind die dem Morgenschen Gesetze. Und die kann man auch wunderbar auf riesengroße Gleichung anwenden. Das heißt, einfach das nicht reinziehen und das Zeichen umdrehen. Also wirklich physisch umdrehen. Einfach spiegeln. Und man hat das Ganze schon. Lasst euch da nicht unbedingt verunsichern, wenn jetzt hier drin irgendwie auch ein Not steht. Also zum Beispiel vor dem A steht ein Not. Das heißt, wir haben ein Not in Klammern. Not A und B. Dann kann man das genauso machen. Dann zieht man das einfach rein und dreht das Vorzeichen von dem A und dem B um und das Zeichen an sich auch. Das bedeutet, nicht A, wenn man das nochmal verneint, nicht nicht A ist logischerweise A. Also wenn ich zweimal was verneine, kommt wieder das ursprüngliche raus. Und das B muss man auch umdrehen. Das wäre dann eben Not B. Das heißt, es kommt das hier bei raus. Also egal, wie viele Vorzeichen ihr da habt. Das heißt, wenn ihr auch hier sowas habt, dann streichen sich sowieso die ersten beiden raus. Weil zwei Nichts heben sich immer auf. Und ihr seid dabei und dann habt ihr wieder das, was ich gerade gesagt habe. Also zwei Nichts heben sich immer auf. Gut. So, wenn man das jetzt kombiniert, was ich gerade gesagt habe, dann kann man auch ein stinknormales A oder B kompliziert als und darstellen. Nämlich als nicht, nicht A und nicht B. Also das heißt, das normale A oder B lässt sich auch als und darstellen. Mit drei Nichts vorne dran. Was ein bisschen umständlich ist, aber an manchen Stellen braucht man tatsächlich dieses und irgendwie halt mal. Und dann muss man so damit hantieren. Also merkt euch, ihr könnt immer ein und in oder verwandeln und umgekehrt. Allerdings, wenn es zwei sind. Wenn es mehr sind, wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Wobei es geht trotzdem irgendwie. Also für normale Gleichung geht es trotzdem. Also wenn ich habe A oder B oder C, dann kann ich das trotzdem hier so darstellen als und. Moment. Das funktioniert trotzdem. Das habe ich nicht gemeint. Verdammt, jetzt ist die Dings zu klein. Die Zeile. So. Das funktioniert trotzdem. Alles ganz normal. Ich meinte, wenn man jetzt hier noch geklammert hat und dann noch weitere Formeln hier hinten dran hat, dann wird es schwieriger, das Ganze umzuwandeln. Wenn nicht sogar unmöglich. Aber so für normale Formeln. Also dem Morgen gilt auch für beliebig viele Variablen hintereinander. Also da gibt es keinen Stress irgendwie. Ja. Also im Prinzip, ihr könnt es für beliebig viele Variablen, könnt ihr eine Oder-Gleichung in eine Ungleichung verwandeln und wieder umgekehrt. Und wenn dieses nicht vorne dran steht, dann wisst ihr, aha, das kann ich ganz gut reinziehen. Okay, dann sind wir soweit durch und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt alles verstanden, was ich gesagt habe. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.